Oh, schade, mit anderem Koboldstoffe haben wir nicht. Wo stehst du da jetzt rum? Hä? Alva? Alva? Hallo? Okay, ich habe gerade das Gefühl, dass Alva rausgeworfen hat. Ich glaube es, ich glaube es. Ja, das ist jetzt... Sorry, sorry, sorry. Du, was machst du denn? Was machst denn du? Was ist denn los? Aber ich müsste mal kurz quatschen mit meinem Machbar. Alter Schwede. Hau da einfach ab. Den Kampf habe ich aber mit zu Ende gemacht. Ja, du hast mir viele Teile verschöpft. Soll denn das jetzt wieder von der Andötung gewesen sein? Ich könnte vor uns nichts dafür in die Schremo anrufen. Tööö. Hm. Da gibt es wieder viel zu viel einzusammeln und kaputt machen. Da war auch wieder eine Goldmünze drunter. Ach, die zappen hier kann man auch kaputt haben. Na klar. Ja. Und da ist Gold drunter. Manchmal. Guck, da. Die zappen. Oh, ich habe jetzt keinen Bock, die alle kaputt zu machen, du? Ja. Ja. Haha. Okay. Er hat Bock. Oh, komm mal her. Was ist denn das hier? Das kann ich nehmen. Geil aus, das Ding. Galaktis Seelen Relikt. Ach, das ist das, was du vor uns hattest mit diesem Schnee. Mit dieser... Mh. 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 Ja, genau. Ach komm, ja, egal. Eben, ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt das ganze Level nochmal zurückrennen. Ach, ne, das ist Quatsch. Hütten wir eigentlich alles, ne, soweit. So. Zehn Sekunden hast du noch. Fünf Sekunden hast du noch. Fünf Sekunden hast du noch. Na, der Balkan. So. Würde ich sagen, Mama ist mal Schluss für heute. Oder möchtest du jetzt doch irgendwas erledigen? Ne, wir können schon Schluss machen für heute. Haben schon ein paar Stunden. Alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Und ja, Kommentare wären mal nicht schlecht. Haben wir das gut gemacht? Ähm, ja. Gut. Man kann sich halt überall immer ein bisschen blöd anstellen. Wir sind, glaube ich, die Meister der Blödheit. Oder blöd anstellen. Ja, gerade mit dem ganzen Zeug. Ich denke mir mal, da werden jetzt viele Free2Player lachen. Ja, guck mal, wie ich dich anstellen. Ja, guck mal, da steht, da kann das. Weißt du ja, wie es ist? Ich habe mich da selber über mich kaputt gelacht, wo ich den ersten Zusammenschnitt gemacht habe. Dass da breit und fett dort entsteht. Wo bist denn du schon wieder? Ich bin beim Schöpfe wieder. Das ist übel. Was mache ich? Du bist ein Schwarzdenker, Mann. Die werden uns schon steinigen. Jeder fängt klein an, ist scheiße. Ich weiß nicht. Wir spielen ja schon länger. Und man kennt das Spiel halt nicht. Also kann man einmal Scheiße bauen. Weise Worte. Kann man auch Scheiße bauen. Padawan. Kann man auch Scheiße bauen. Okay. Missionstafel hier. Hast du die schon mal geguckt? Ich nehme mich nicht. Nö. Steht auch nichts dran. Ja. 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 Was ich jetzt doch schnell machen möchte, was ich das nächste Mal wieder vergesse, ist, warum habe ich noch sieben Sperren können keinen mehr werfen? Kannst du mir das Böge mal erklären. Hast du dir alles gerüstet? Ja, ja. Warum kriege ich eigentlich keine Level Aufstiegsgeschenke mehr? Aufstiegsgeschenke. Ah, schon richtig. Na klar. Du musst Level 14 noch machen. Bist du mich verarschen jetzt hier? Komm mal her zu mir. Wo bist du? In der Kaserne. Ach, ich mache jetzt nichts mehr. Weißt du? Ich mache überhaupt nichts mehr. Es läuft doch nur in der Kaserne. Gib doch nur die Quest ab. Für das, dass wir uns jetzt verabschieden wollten. Ja, ich komme zurück. Nee, jetzt bin ich auch da drin. Oh. Jetzt hole ich mir den Scheiß auch. Was ist wieder ein neues Kampftraining? Leck mich doch am Arsch. Ähm. Ach, weißt du? Ich... Ich mache mir das irgendwie... Diese gefährlichen Ruinen, die mache ich mir jetzt die Dinger weg. Weeeeg. Die... Nach der Entscheidung... Ich bin doch wohl beim Seltener Außenposten und habe diese... Verschissene... Entscheidungsschlacht schon gemacht. Oder? Die haben wir das schon gemacht. Wenn es die war, bestimmt. Sind wir jetzt... Wir sind doch hier beim Seltener... Aussichtsposten. Haha. Hm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. So. Alles klar. Haha. So, alles klar. Also dann... Haben wir heute schon... Haben wir wieder ganz toll gespielt. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und für heute sagen wir erstmal... Scheiß auf den Trick ist jetzt den richtigen Knopf. Mein Name ist das Nächste. Tschüss. Ciao.